so weiter geht's geht wieder gut alles und du viel spaß und aufmerksamkeit dann ich brauch schlaf die kinder alleine loben so frei Ich gucke mal, was das ist. Badewanne, ja, okay, so. Stapeln. Nee, so Kinderball. Nee, so Kinderbadewanne, das wäre gut. Gibt sich sowas. Ach, ich brauche die Haushaltshilfe, ey. So. Von Teddybend mal da hin. Hm, Kleinkinder. Nee. So. Puppenhaus. So, jetzt hast du ein scheiß Puppenhaus, die kann man wieder verkaufen. Und Tablet kaufen wir noch. Und das Dusche wieder. Duschen musst du. Ja. So, jetzt kommt das. Ja. 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 T und T Tüchel bis heute so was fehlt dir denn jetzt noch das wird unter aufwand zu schlafen aufhören die schnelle zu essen kannst du selber nehmen stopp du musst du arbeiten es fehlt dir selbst jetzt muss man aufstehen ne brauchst du gar nicht schlafen wir nehmen den dann auch zu essen noch was geht bei dir? du musst Spaß dann gehst du jetzt ans Tablet und ich will da keine Videos aufnehmen das ist so fein so, ein bisschen wir wie stimmt, dann kann man noch ein bisschen Sport machen machen wir Sport hört man mich gut sind alle zufrieden dann gehst du ins Bett schlafen du hast doch gegessen so, schlafen geht doch so so, jetzt nur noch du du machst ja das schon wieder hungrig hier gibt es noch genug Essen so kannst du über ein paar dritte links zu reden und klopfen das ist ja das kannst du vielleicht gerade nennen ok ja, wir gehen ja was essen und setz dich hin so du hast dir jetzt nicht echt Essen weggenommen ich raste aus mich raste aus wo gehst du denn du jetzt hin komm mal zu mir so so und dann starten zeit ja alle am schlafen am arbeiten ach gut ich kann nicht durchgehen Du malst jetzt erstmal nur von Geld. Ja, gut. Impression Tische. Okay. Gut, wir alles können. So, an Künstler AG verkaufen. Dann machen wir das auch noch. So, machen wir nochmal. Dann noch schlafen. Nee, dann noch verkaufen oder was. Habe ich das Haus falsch rum? Kann das sein? Nee. Ein bisschen oben weiter das Zimmer für dich bauen. So, wir brauchen Lampen. Niederbrunsch heißt Schreibtisch. Okay. Okay. So. 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 Jetzt haben wir uns einen Teppich. So. 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 So, das reicht erstmal von Lampen. dann machen wir noch ein mein dach im bau noch ein Und so. Achja, hier wollen wir auch noch unten machen. Das sind doch riesen Bäume. Okay, machen wir da. Ich hab Meister verpflichtet. Trick verkaufen. Dann schlafen. Nee, danach. Ja, will ich verkaufen. Okay, schlafen einfach. Lass mal schlafen. Nein. Nein. Schlafen. Wer ist denn jetzt schon wieder wach? Oh nein. Kann sich selber bahnen gehen. Ja, jetzt müsste nur einer von euch aufstehen. Nein, da morgen nicht arbeiten musst du. Nein. Nein. Noch. Oh, Bahn. Okay, sie los ist einfach da. die dusche ist kaputt jetzt nicht mal bahn gehen gut du stehst einfach nur drum rum ich rasse aus die nächstes wach sind alle hungrig kümmer dich um die es noch